Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn Sie die Deckung nutzen, können Sie sie ohne Gefahr ausschalten. Da war ganz sicher was. Verdammt Leute, haltet die Augen auf. Sie haben Besuch. Da war ganz sicher was. Da draußen ist doch was. Passt auf, dass Sie sich nicht anschleichen. Wir haben Besuch. Scheißkerl! Weitere Feinde entdeckt. Der Idiot will sterben! Der Idiot sollte nicht hier sein. Achtung, er versteckt sich! Das war ein böser Fehler! Du musst sterben, Bruder! Jetzt flog in gleich! Das alles gehört! Das alles ist doch ein böser Fehler! Das war ein böser Fehler! Das ist unser Haus! Wir kümmern uns das herum! Die sind noch ab! Tief einatmen! Er versteckt sich noch! Er springt zu Ende! Alles cool! Erlehn ich den Bastard! Er ist dahinter! Komm mal weg, Herr Rott! Alles cool! Tief! Was ist denn da? 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 Ich bin da raus! Sie haben ihn! Nicht nachlaufen! Tief! Was ist denn da? Was ist denn da? Ich bin da raus! 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 Er lässt sich den Bastard! Heit, ich bin da raus! Läck dich mal ab! Paladina, raus! Verdammt, nein! Deck mich, ich lade nach! Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn Sie die Deckung nutzen, können Sie sie ohne Gefahr ausschalten. Bleibt wachsam! Da war er ganz sicher. Verdammt, Leute! Haltet die Augen auf! Bleibt wachsam! Passt auf, dass Sie sich nicht anschleichen! Da ist der Penner! Der Obertratt... Oh, der Idiot will sterben! Ja, das ist der Weg! Der Weg ist der Weg! Der Weg ist der Weg! Ach, sie haben einen Reaktion. Der Weg ist der Weg, der Entdeckte. Hast du Angst? Es ist der Weg! Da ist es der Weg! Die Mannschaft ist der Weg! Der Weg ist der Weg! In der Weg steckt sich da vorne! Der Weg ist der Weg! Der Weg ist der Weg! Die Feier sind der Feinde entdeckt. Komm schon, das geht besser. Macht euch keine Sorge. Die Feier sind der Feinde entdeckt. Hilft mir hier raus. Das alles gehört uns. Niemand kommt zu einem. Er ist tot, Mann. Tot. Nerft ihn euch. Versteckt sich noch. Versteckt sich noch. Tut was zu tun, er ist ja noch. Kein Aufruf zu kommen. Ah, ich bin die Arby. Das ist ein Schiff, das passiert. Ah, er ist tot. Kendall und ihr Stab sind nach oben. Eingesperrt in der Küche von Kobe's. Oh, Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 herz gebrochen ihn so zu sehen wir haben uns hier oft spiele angesehen ich glaube es ist ganz gut dass meine eltern das alles nicht mehr mitkriegen und dann denke ich an die leute die trotz allem weitermachen für die tun wir das hier agent holen sie sie raus der weg zu kobe es führt durch kontaminierte bereiche hier sind viele kranke leute behandelt worden bevor sie erschossen wurden also passen sie auf so 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 Das war's für heute. Ich frage mich, wo das Dollar-Gift herstand. Weißt du, ich frage mich, wie das alles angefangen hat. Ich warte nur auf den richtigen Augenblick. Der JTF traue ich gar nichts mehr sagen. Vor der JTF habe ich keine Angst. Das war leicht. Wer hat sich wohl jemand überschritten? Ich muss nachladen. Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann. Das war's gut. Was ist das? Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Hornum, Feinde entdeckt. Mir macht ihr keine Angst. Auf sieh! Auf sieh! Sie haben ihn! Ihr seid alle tot! Denkt mich, ich lade her! Tötet ihn, bitte! Scheiße, die haben ihn! Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn Sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet! Ihr Zug, Agent. Den gleichen Weg zurück. Sie kriegen Begleitsschutz hier raus. Wir müssen nur Ruhe bewahren. Sie kommen hier! Sie sind einfach hier. Sie werden sie einfach hier raus. Sie müssen auch hier raus. Sie kommen zu lassen. Sie müssen nicht, wenn Sie sie brauchen. Sie müssen entdeckten, Sie sich bei einem Schaff. Sie müssen sie mit dem Schatten auch in zehn Waffen und Rienert raus. Untertitelung des ZDF, 2020